Hallo? Ihr ist es. Na? Wie geht's euch? Ich möchte anmerken. Sag mal, Dick! I'm a shark! It's the weekend! Zum Glück, endlich, Wochenende. Oh, fuck yeah. Halt die Schnauze, Kromos! Du lügst! Dieses Wochenende wird ewig anhalten. Ewig. Ewig, ewig, ewig. 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 Forever and ever and ever. Ach, und ihr so, alle. Was machen wir denn Schönes? Ich glaube, ähm... Twin Labyrinth haben wir doch die zwei Geister bekommen. Also, nee, die zwei Hexen, schwarz und weiß hier, haben den Federnboss gemacht und dann hat irgendwas Bling Bling gemacht. Also, nehm ich mal an... Ah, stimmt, ich weiß ja... Aha, ich hab ja den Ankh schon gesehen. Ha, nur wo war der Ankh? Irgendwo ganz links nehm ich mal an, aber wo? I don't know. Kali, Schatzi. Dein Typ wird verlangt. Schaff dich, bye. Der ist kein Schatzi, schmuggelotz. Im Moment ist alles Schatzi. Passt alles. Hier oben wäre vielleicht auch mal interessant. Hoch! Da kann man ja hin. Okay, da kann man aber dann nur herkommen. Oh, faszinierend. Man kann hier kein Gewichte setzen oder so und... Ihn untersuchen scheint auch nichts zu bewirken. Okay. Ach, ja. Am Dämonenalter versammeln sich die Hexen. Ja gut, das heißt halt wohl nur, dass hier... der Ankh... dann erscheint, wenn ich die beiden Hexen hatte und ich hatte den Ankh jetzt ja. Hier komme ich wieder raus in ein anderes Gebiet. Die Hexen werden mehr, habe ich das Gefühl. Oder waren in dem Raum schon immer so viele Hexen. Hier komme ich noch weiter nach rechts. Ach, hier war mein Katana-Raum. Ja, genau. Ja, genau. Der Tanz des Lebens. Guck mal, ein Fake Ankh. Oh, aha. Ich bin von rechts oben nach oben geklettert und bin dann oben in der Mitte rausgekommen. Das macht keinen Sinn. Boah, ich habe 783. Wo kommen die her? Au! Habe ich das Ding schon... Ja, ich glaube, ich habe schon... Schreie einfach so lange ins Telefon, bis derjenige aufregt. Das mache ich auch immer. Nicht Ja sagen, schreien. Jetzt hat sie die Tür zugemacht. Der Raum ist auch gar nicht verdächtig. Ach, wenn ich noch wüsste, wo ich hin will. Dann wäre ich ja schon mal ein Stück schlauer. Jetzt bin ich links. Okay. Dann gehe ich mal nach rechts unten. Na, jetzt bin ich rechts oben. Manchmal ist es irgendwie nur achsensymmetrisch. Manchmal ist es doch punktsymmetrisch. Manchmal ergibt es halt keinen Sinn. Ja? Ja, hast du mich eben schon gefragt. Heute Mittag. Ich wüsste jetzt nichts. Wann wir zu essen haben und so... Wüsste ich nichts. Ja, hier war ich gerade eben schon. Ich brauche nichts als nur Zeit. Paket Zeit mitbringen. Das wäre cool, aber nein. Na, jetzt bin ich wieder hier. Im Moment bewege ich mich ein bisschen im Kreis. Und hier mal runter. Das ist doch mal was anderes. Ja, da war doch der eine Bossraum oben. Das könnte doch in etwa hinkommen. In die Richtung, die ich denke. Ah, da war die Nummer. Das Spiel ist für keine Konsole. Das ist PC. Ja, da habe ich mich eingesperrt hier. Mal ganz doof gefragt. Was macht man, wenn man das Spiel ohne den Kral spielt? Was macht man dann hier? Da hat man doch eigentlich einfach Resetten, oder? Was will man sonst machen? Ja, ganz schlimm weinen. So dachte ich mir. So, Telefonunterbrechung auch schon wieder. Was seh. Oh, keine Unterbrechung. Du warst weg. Ja, und trotzdem. Oh, fuck. Ah, fuck. Ah, Club. Die Unterbrechung meinerseits. Zählt doch auch. Na, eigentlich nicht. Ach, jetzt muss ich auffassen, keine XP mehr einzusammeln. Jetzt, nachdem ich die Heilung bekommen habe. Warum habt ihr alle so Delaymaster 17.000? Warum tut ihr das? Denen macht er Spaß. Ah, sieh an, was hier auch ist. Oh, naja. Nicht ganz so toll wie das andere, aber naja. So, da ist die schwarze Fee, aber die habe ich ja. Obwohl, in dem Raum, wo die weiße Fee war, ist doch der Ank gekommen, nachdem sie tot war, oder? Ah, aber hier kommt kein Ank-Juwel. Schade. Tja, da oben ist mein Skelettraum, also. Für den Moment weiß ich an dieser Stelle nicht, wohin. Jetzt bin ich wieder hier. Wie gemein. Lässt mich einfach fallen, das fiese Spiel. Ach, ne, das ist gar ne Einbahnstraße. Aber das kommt mir stutzig vor. Ne Einbahnstraße? Hier? Okay, der Drop ist sofort. Boah, ich darf nicht zurück. Was jetzt hier auch viel bringt, weil ich einfach unten lang zurück kann. Das ist neu. Hier waren wir noch nicht. Fünf Hexen plus eine mehr werden sich an dem Punkt versammeln, an dem Baphomet beschworen wird. Ha. Ja, noch ne Einbahnstraße. Und nochmal eingesperrt. Aha. Decke das Licht auf. Äh, das kann man auf viele Weisen interpretieren. Also, zeigt den trauernden Zwillingen das Licht, könnte man sagen. Zeigt das Licht einer zerstörten Welt. Der Held zeigt den Zwillingen das Licht, während sie die Welt aufhalten. Also hochhalten. Da gibt's bestimmt gar keinen Trick dabei. Gibt's echt keinen Trick? Gibt's einfach nur der Weg von A nach B? Beschiss. I smell bullshit. Hier war ich noch nie? Ne, doch, natürlich war ich hier schon. Warum bin ich hier dann nie nach rechts? Hier unten bin ich. Die Heilfee, will ich die? Oh, weiß man. Jetzt hab ich sie eh nicht mehr. Drecksgegner. Und nochmal die Heilfee. Ja, was weiß ich. Nehmen sie mal. Nur wenn ich nicht weiß, wohin damit. Wenn ich dieses nicht weiß. Geht's. Oh. Hm. Das war an sich ja schon mal insofern nicht ganz schlecht, dass das wirklich ein Raum war, wo ich noch gar nicht war. Aber alles in allem bin ich dadurch leider trotzdem nicht wirklich weiter. So komme ich auch nur in den Feenraum, wenn ich da runter gehe. Und da steht sehr viel. Das war ja einer der ursprünglichen Räume, durch die ich reingekommen bin. Das war, glaube ich, ein Shop oder so. Ja, den Helm habe ich bekommen. Oh, Gewichte für 10, warum nicht? Billiger werden sie auch, ne? Und Geld ist inzwischen ja eigentlich kein Argument mehr. Spätestens, wo wir den Geldfarbenpunkt kennen und zum Moment ja eh schon viel dabei haben. Tja. Das Spiel ist verdammt toll. Das ist Motivation genug. Reicht das nicht? Ich weiß nicht, das Spiel macht mir Spaß. Ich könnte es physisch nicht alleine ohne Hilfe, ohne Guide oder irgend sowas durchspielen. Dafür ist es halt nicht geeignet. Aber ansonsten, die Musik, das Aussehen, das ist doch alles super. G2 A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Start. Ah, ganz ruhig, Herr Bob. Ah, ah, ah. Ah, too much, Guide. Ah, ah.